We just have to keep moving forward Oh, opening! Oh, und wir haben auch richtige Szenen Alter Oh, das Rumbling, Digga! Oh, das Rumbling! Einfach so, sie droppen es einfach so Ah, da kann man nichts machen Oh, Englisch sogar Mega nice Oh, mein Gott, es wird so viel Verschiedenes gezeigt Ach, du Scheiße! Alter Ach, du Scheiße! Alter, sieht das gut aus, Mann! Puh! Ich... Alter! Oh, Andi ist zurück! Puh, damn! Damn, damn, damn! Oh, das Hörer! Oh, mein Gott! Oh, damn! Der Refrain! Alter! Das ist gut! Der Ballert so rein, der Refrain Ja! Oh! Bro, ist das der... Oh mein Gott! What the fuck geht da jetzt ab, Alter? Oh! Oh! Ach, die Scheiße! Junge! Oh mein Gott! Ach, die Scheiße! Alter! Der Baum, zu dem sie zurückgelaufen sind, Bro! Ja! Mhm! Das ist ein kleines Opening! Ich bin ein absolut Fan! Auch dieser Schrei-Part, das gefällt mir richtig gut! Ja! Das Opening klingt echt richtig krass! Die Szenen sind heftig! Ja, es hat einfach alles gepasst, ne? Alles hat gepasst, das ist perfekt gewesen! Oh! 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 Oha! Die Szene, wo er jemanden abgestochen hat! Damn! Oh! Oh mein Gott! Oh! Yo! Jetzt sprechen sie es halt endlich mal aus mit dem Vogel, ey! Als ob! Oh! Der Vogelkäfig! Der Rind ist drin! Jetzt nicht mehr! Jetzt nicht mehr! Junge! Die Stimmung! Alter, das ist wunderschön, wow! Ach ja! Alter! Boah! Also wirklich richtig schöne Visuals! Oh mein Gott! Holy shit, das Ainz ist fucking schön! Ja! Ah, es war 1,30. Jünger, wie kurz ist das? Oh, jo. Alter, das Ending war wunderschön, Mann. Puh, ja. Das war richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen. Auch die Aussage vom Opening und vom Ending so richtig ist komplett auf ihren fokussiert und so komplett die emotionale Schiene, ey, das hat mir auch richtig gut gefallen. Also richtig gut, richtig gutes Opening, richtig gutes Ending. Opening gefällt mir sogar ein Stück besser, muss ich sagen. Es ist aber richtig gut, einfach richtig gut. Ich muss beim Ending auf jeden Fall nochmal eine Frage hören, ich fand den echt wunderschön. Ich bin krass, opening und ending, so Opening ist so, keine Ahnung, Cruelty und sehr viel Brutalität und das Ending ist einfach also, so ein bisschen, weiß nicht, die Schönheit der Welt und eigentlich, das ist das genaue Gegenteil, das ist eigentlich irgendwie krass. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Das ist wirklich das genaue Gegenteil. Es ist schon heftig. Und eben beides aber auf Ehren bezogen. Ja, ja. Und wahrscheinlich so sieht, was er halt alles verspürt. Ja, es ist einfach schön, Mann. Einfach schön und einfach schön, wieder hier zu sein, Alter. Ja, ich bin auch froh. Jeder macht jetzt. Oh, geil. popped sti. Ja, ich bin auch froh.